Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Unboxing. Hoppala. Na komm, geh zu. Ist doch nicht die Möglichkeit. Lass ich offen. Mir egal. So. Wo mache ich es hin? Wo bin ich. Und wir gucken uns jetzt den 3080001 HDMI Splitter 1 zu 2 von Ligavo an. Der hat es edit 4K 60 Hertz. Kann der auch. So. Der Kabel ist wieder, ja ich sage der Kabel, ist wieder sehr lang. Der ist toll. Hier haben wir auch wieder Standard, so wie bei allen Ligavo Produkten. Wir haben hier auch wieder TÜV GS geprüft, dass man es nicht in den Müll schmeißen soll. CE geprüft. Also wirklich alles wieder geprüft. Hier haben wir auch wieder einen Aufkleber mit der Mülltonne drauf. CE und so ein Warenkot. Das hat Lars mir schon mal erklärt. Also der Chef von Deluxe Cable. Das hat was damit zu tun, damit die Geld bezahlen, dass wenn ihr das in den Müll schmeißen solltet, dass das entsorgt wird. Also falls euer Gerät kaputt ist und ihr aus Versehen wird, gehört ja nicht in den Müll. Aber da muss man als deutsche Firma irgendwie so eine Gebühr bezahlen. Fragt mich nicht. Und dann haben wir das Gerät an sich. Keine scharfen Eckenkanten. Super verarbeitet. Ganz klein und schnuckelig. Ich finde diese abgerundeten Ecken, finde ich toll. Ja, finde ich jetzt toll. Auch jetzt mit diesem weißen Umrandung. Hier oben Ligavo, da unten wieder die Punkte. Hier haben wir wieder Edelt. Und das sind jetzt keine Tasten. Also das sind jetzt wirklich nur Grau, damit das kann. Und sogar 4K 60 Hertz. Dann haben wir hier unten 1080p oder Automatik. Das heißt, wir können hier umschalten. Wenn hier 4K ankommt, können wir das auch in 1080p machen. beziehungsweise Automatik. Edit Control. Okay. Okay, okay, okay. Ich lasse den auf Automatik, nicht auf 1080p. So sieht das schon mal sehr gut verarbeitet aus. Hinten auch seht ihr zwei Eingänge. Zwei Ausgänge, einen Eingang und der Stromkabel. Ja. Und dann würde ich sagen, dann werden wir gleich mal das Hardware-Video machen. Und als Beweis werden wir, wie gesagt, das Fire TV werde ich auch noch anschließen. Ich weiß jetzt nicht, ich werde dann zum Fire TV werde ich vielleicht dann kein Video machen. Ich werde das alles kombinieren. Und dann kann ich euch zeigen, wie wir das machen, dass wir das Fire TV, das neue Fire TV hat ja keinen optischen Ausgang, wie wir das so machen können, mit Hilfe hiervon, dass wir das auch über die Matrix machen können. Oder über ein anderes Gerät und uns unser optische, ach, unser Tonsignal hier rausgreifen können. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend alles, aber das ist im Prinzip kinderleicht. Ich würde mich jetzt bis dahin erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin. deep auch deep auch deep und deep und deep auch von